76-75 gewinnt Ratio Farm Ulm gegen den FC Bayern München und der Mann, der den entscheidenden Treffer gelandet hat, eben zum 76-75, Keaton Henke Willis an meiner Seite, den ich natürlich gratuliere. Keaton, was für ein Spiel, was für ein Spiel. Ja, ich meine, es war ein weiteres Spiel und es kam auf die letzten Sekunden. Für uns wollen wir immer ein bisschen mehr Kuscheln, aber für die Fans ist es ein tolles Spiel. Wo er dann eben auch diesen Dreier angesetzt hat. Und deshalb vielleicht auch mal die Frage, weil dieser Spielzug ja eigentlich nicht wirklich funktioniert hat, was er dann auch so sich gedacht hat, als er abgedrückt hat. Ich meine, das letzte Spiel funktioniert nicht wirklich. Also du musst es einfach machen, oder? Was ging in deinem Kopf? Du weißt, mit dem Zeitpunkt zu gehen und wir sind 2, jemand muss einen Schuss bekommen. Ich hatte zwei gute Schütter, ich hatte Isaiah Swan auf einer Seite und Steve Esterkamp auf der anderen Seite. Und mit dem Zeitpunkt zu gehen, hat der Coach uns bereits gesagt, dass wir nicht einen besseren Schuss bekommen. Also ich dachte, ich sollte es wahrscheinlich nehmen. Ich meine, was ist mit diesem Team möglich? Ich meine, du bist 2. in der Liga, du bist mit Bamberg. Und du denkst, dass es so richtig ist? Ja, wir versuchen einfach, jeden Tag und jeden Spiel besser zu werden. Und wir hatten einige Zeiten, wo wir zurückgegangen sind, aber wir hatten auch viele Zeiten, wo wir zurückgegangen sind. Also ich denke, wenn wir hart arbeiten, werden wir ein paar gute Dinge dieses Jahr machen. Dann sage ich danke. Vielen Dank. Also von Spiel zu Spiel gucken. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du hast einfach nur das Set, wie du möchtest. Geht und mit deinem Team fahrt. Also er darf natürlich feiern. Er nimmt das Spiel, wie es kommt und von daher ist das vielleicht auch der richtige Gedanke.